Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern auf der Pressekonferenz ging es natürlich auch um das Thema der Fankritik, besser gesagt Fananfeindungen gegen unseren neuen Trainer Frank Kramer und natürlich auch überzogene Ansprüche. Und ich fand es sehr, sehr gut, dass dieses Thema auf der PK auch angesprochen wurde. Denn eine Sache sollte uns Schalke-Fans klar sein. Wir werden nächstes Jahr nur gegen den Abstieg spielen. Wer irgendwas anderes erhofft oder erwartet, der ist auf dem falschen Weg. Und deswegen waren auch die Aussagen von Knebel, Schröder und natürlich auch Kramer in die Richtung sehr, sehr gut. Peter Knebel, unser Sportvorstand, sagte ja, wir sind nicht auf ein Trampolin gefallen. Es war ein massiver Absturz, den wir erlebt haben. Die Tatsache, dass wir den in nur einem Jahr wieder wettgemacht haben, darf doch nicht dazu verleiten, dass wir jetzt in höchsten Höhen steigen in den Erwartungen. Und genau so ist es ja auch. Und auf die Fankritik gegen Frank Kramer hat sich Knebel auch sehr, sehr deutlich geäußert. Ab heute ist Frank Kramer Schalker. Und wenn ich mir angucke, was wir vor Wochen im Fall Max Eberl noch darüber gesagt haben, wie wir miteinander umgehen wollen und was wir angeblich durch die Corona-Zeit gelernt haben, dann rufe ich alle Schalker dazu auf, mit anderen Schalkern so umzugehen, wie sie es von sich und ihren Mannschaftskameraden wünschen würden. Und ich denke mal, die Aussage sollte sitzen und auch Ruven Schröder hat treffende Worte gefunden. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das die Menschen schnell urteilen, dass 95% direkt sagen, nein. Da muss man sagen, die Vergangenheit belehrt uns auch nicht. Morgen wird eine neue Entscheidung getroffen, da geht es dann in die gleiche Richtung. Aber es ist wichtig für uns, das als Ansporn zu sehen. Und genauso sieht es auch unser neuer Chefcoach, Frank Kramer. Das ärgert mich nicht, das spornt mich an, das muss man als Herausforderung sehen. Ich musste mir immer alles hart erarbeiten, diese Situation ist mir nicht unbekannt. Und ich denke mal, das sind klare Aussagen und ich fand es gut, dass die drei oben auf dem Podium wirklich geschlossen da auch agiert haben, denn genau das ist Schalke, genau das brauchen wir, vor allen Dingen eben dann, um auch die Klasse zu halten. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.